hallo leute heute war ein einkaufstag für mich ich habe mir heute eine schallisolierung fürs fenster gekauft weil nahe im kreisverkehr ist es dann doch schon immer so ein bisschen ein bisschen laut muss jetzt mal den test machen ob es was hilft beim schlafen ich hoffe es mal sehr genau da war ich heute unterwegs jetzt brauche ich nur noch ein fahrrad aber bin ich zuversichtlich dass ich da oben okay wartet mal kurz seht ihr das da liegt ein fahrrad wir hatten das dahin getan damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet ich bin ehrlich überrascht dass da ein fahrrad liegt und das ist nicht mal abgesperrt das sieht neu aus meint ihr ich sollte es einfach mitnehmen und da ist ein hund der hund war jetzt wirklich nicht geplant aber da ist ein fahrrad ich glaube ich nehme das jetzt ich glaube das gehört jetzt mir man habe ich ein glück habe ich ein glück